Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Creativerse Unser Haus ist fertig Ich habe nach der letzten Runde noch ein klein bisschen weiter gebaut, sodass wir schon mal unser Haus haben Aber wie gesagt, grob ist da der eigentliche Name, ich muss draußen noch ein bisschen was tun Was sagen sie alle? Ich muss mich einmal ganz kurz reinfinden wieder Find dich mal Ja, ich wollte irgendwas bauen Nur was? Ich weiß nicht, ich glaube wir waren gerade bei Rüstung teilweise bei und haben die Farm Das ist jetzt halt schon wieder ein bisschen her, das letzte Mal Ich habe erstmal eine Kiste aufgemacht, ich habe erstmal so eine Kiste gehabt Ich habe die erstmal aufgemacht Ich glaube wir bräuchten Größere Lagertruhen, oder? Das wäre gar nicht so gut Guck mal hier Guck mal hier Kannst noch Bambus Das ist Deko Oh ich habe kein Holz mehr Oh ein Schwein, oh Tod ja ich gehe mal kurz unten in die mine gucken wie schaltet man mal oben auf dem schwert tap war das ja ewig lange her ich wollte eigentlich noch ein bisschen in die mine gucken was hier so noch zu finden gibt ja ich werde jetzt draußen muss mein kleines fädchen an ich gedacht dass wir was zu essen haben zum heilen aber ich habe doch schon ein feld vor der tür ja vier stück aber ich glaube damit kommen wir nicht weit muss da sowieso brot daraus machen guck mal equity ein ofen ja aber würde der nicht besser ins haus passen kannst du ja mit reinnehmen das ist wieder so ein kostenloses pack gewesen ach so weihnachts pack ich gar nicht gesehen ja da ich habe noch 259 grasblöcke schön ok ok hier würde ich gerne einen zaun bauen wenn es sowas gibt hat denn jemand von euch schon mal creativerse jetzt angetestet schreibt es doch gerne mal in die comments ich meine es ist ja nur kostenlos ne da kann man ja mit reingucken genau oh meine güte so so henrik du bist so ruhig was los aber ich bin hier unten eine mine kriege wieder böse auf den mund vielleicht solltest du dich immer alleine in die mine gehen wenn du da unten nur verdroschen wirst ich könnte dem rennrecken ein obsidianswert äh ob es wert ein obsidianswert könnte ich denn ein obsidianswert möchte er denn ein obsidianswert haben ja möchte ich kann ich eigentlich mal ein stein mein steinzeug ablegen naja nur dein steinschwert kommentier hinten an die küste an die letzte ja da habe ich dich tutet rein des wert oh mann hat das net bekommen ähm wo ist denn die hacke da netz ist voll toll kann ich nicht nehmen blau campi ey was doch kann ich alles gut was kann ich nicht mit kann ich nie nehmen ey oh gott oh gott was diese felder das feld machen das ist doch schon gibt es denn hier eigentlich noch mehr als weizen ja klar gibt sogar cabbage äh lettuce meine ich nicht cabbage lettuce guck mal lettuce falsche taste bist du doof wo ist mein lettuce hin jetzt ist der lettuce weg na super guck mal du kannst dir gerne noch mal ein bisschen was pflanzen wenn du möchtest wo ist wasser noch habe ich keins wie dicht muss denn das wasser immer sein weiß ich nicht ich habe das so gemacht dann machen wir es immer in die mitte von den feldern da geht es wieder nichts gut hin ey mann 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 guck mal hab ich rausgezogen die eine erde guck mal die stehe ich jetzt hier vor die füße dankeschön da gehört sie auch hin ja ich weiß das nicht nett ja überhaupt nicht überhaupt nicht nett ach stell dich nicht so an doppelter schaden ey wof hab ich denn noch was zum öffnen hier oh was zum essen jungs ja ich baue ja gerade felder haben wir noch pilze jung ja und wenn guckst du irgendwo wo rote pilze sind jung der henrik ist immer auf pilze ich muss eh irgendwann mal jetzt anfangen da kisten sortieren ich wollte ja noch das lager bauen gibt es denn eigentlich noch bessere kisten eine stufe eine stufe gibt es noch drüber als die die da stehen okay aber die kann man bestimmt noch nicht bauen theoretisch schon ich guck mal eben weil das wäre ja für das lager sage ich mal praktisch wenn ich dann gleich doch die können wir wenn wir genaue axe da uns haben können wir die bauen okay also müssen wir diese blauen und glob of glue genau und glob of glue irgendwie okay dann achte ich jetzt mal drauf wann hier irgendwie was aufploppt und dann ich hab grad eingetötet ich muss bloß mal gucken was ich hier so als feldweg dazwischen nehmen du kannst doch gucken ob du erde umcraften kannst so ich glaube das sieht doch schon mal also wir haben schon mal jetzt 3 8 4 5 6 6 jetzt ich kann nicht mal mehr zählen ordentlich findet man weizen einfach so oder wenn du Gras abbaust okay dann ab nach oben baut Gras ab bin schon oben natural stone path was braucht man denn dafür stone block wall da was brauche ich dafür für stone slabs ähm wir machen das sonst auch mit limestone oder sowas also guckst dir doch gleich erstmal an ja man du echt wir machen mal dann nochmal die stone slabs aus stein denke ich mal ne konnte man wasser auch einfach mit der hand abbauen ja alles kannst du hier einfach nur mit der hand abbauen gibt nichts anderes wasser hatten wir im süd glaube ich ne wenn ich richtig bin wenn du dich zu ne da war was anderes oder es ist schon wieder so lange her ne dass wir das gespielt haben irgendwo ist wasser wir hatten die erste aufnahme session einfach so'n spaß da dran ja ja jetzt müssen wir erstmal wieder reinkommen hier ups so dann können wir uns da ich glaube ich glaube im süden war das wasser kriss habe ich gefunden rote pilze da ist er auf pilz auf pilze auf pilze ich habe einen abgebrochen verdammt fünf wasser sechs wasser bei euch auf jeden weiß für das feld ich bringe mal gleich ein bisschen könnte eine cooking station kraften ja die brauchen auf jeden fall jetzt will ich erst mal stone block und daraus machen wir die hier da muss ich nur er damit in der tasche haben hatten wir doch auch mehr als genug oder er habe ich alles eben glaube ich zum auffüllen falls einiges verbraten ich habe ich habe alles gut ich habe als quest ich so einen roten mushroom essen eine cooking station kraft ich mal eben da sind die so sollte ich da die anderen steine lernen das habe ich auch geschafft haben wir das geschäft geschäftet so h2o ich stelle mal eben das ding hier an die wand haben wir kümmerung koche liquid und grain ist wasser und weizen hier kommt eine krabbe hoch sie ist verschwunden guckst du ich mache mal hier kurz so ja das sieht schick aus okay jetzt habe ich diesen letters gegessen verdammt eventuell wirst du auch sammeln brauchen noch mal so ja denke ich auch was ich muss hier mal sagen habe ich glaube ich nicht gekriegt für brot brot machen sandwich ich weiß gar nicht mehr was das hier alles für blöcke waren die ich hier verbaut jetzt da vegetabler kümmern sich ein sandwich auch irgendwas stimmt ja nicht so ist wieder gut braune pilze braune pilze braune pilze was kommt hier hin das lager 1 2 3 4 5 truen auf jeder seite sollte reichen aua warum haust du mit dem obsidianschwert ich habe dich nicht gehauen nein nein habe ich mitgekriegt du stimmt gar nicht war ich nicht erinnert ich werde hier geschlagen unternehmen was was machst du mit meinem weizen abbauen warum baust du meinen weizen ab hast du denn hast du denn neues um hier hin zu machen ja da hast du denn Sachen um zu fertilizen habe ich hast du guck mal let you see das habe ich hier sogar bam machen wir das vielleicht zu let yous ja ich sag mal umso mehr wir kriegen umso mehr Felder wo ist denn meine hacke da ist meine hacke 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 ich habe ein lager gebaut alter ich komme hier gar nicht klar ich haue hier knöpfe durcheinander standard hier frissen wir rot ich brauche stone rods ah hier sind noch welche ah das sind toll stone rodsbräuche auch gerade warte ich habe hier noch 52 fertilize fertilize haue ich die da hinten in die letzte kiste ja alle wieder fertilize so hier will ich noch ein fenster drin haben habe ich noch habe ich noch ein fenster jawohl also die die hacke wollten wir jetzt machen ich habe die hacke obsidian und stone hacke ist obsidian und stone wie die feldhacke ja nee also feldhacke brauchst du nicht machen wir haben doch schon ja ich muss sie aber auch haben leider kann man sich den vorschritt ja nicht teilen andré aber ich möchte ja auch irgendwo was machen ja gut brauchst du muss er doch was brauche ich stone rods brauche ich hast du noch welche übrig gelassen ja wer da hinten steht doch genau vor der kiste ne da habe ich jetzt reingeschmissen das war kein platz mehr in der kiste dann nehmen wir die zweite danke ich komme mit diesen knöpfen nicht klar ist es dunkel ja was craften wir denn noch die kurvenstation habe ich auch freigeschaltet sehr schön kannst du mal aufhören mir im gesicht rum zu hüpfen hast du nichts besseres zu tun doch aber das macht so einen spaß bis du dann draußen stehst und dann weinst du nachher wieder gar nicht hier ist eine tür ich kann immer wieder rein ja ja jo jo heißt ne weiß der grüne möhren holz 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 halt hmm das würde ich irgendwo greff die eisen gefunden einer du hattest was hast du jetzt gemacht moment gibt mir mal eine sekunde auf vier sachen zu claim so jetzt kannst du wieder machen glaube ich oder ja so der kleine lagerraum ist fertig wir hatten doch schon das eisen schon abgebaut ich weiß nicht ob du schon abgebaut hast ich weiß dass du dir merken wolltest dass da unten welches war ich bin ja hier unten jetzt schon an den eisensport eingete war ja wo ich mit knifte hier die tiere getötet hat aber hier ist nirgendwo aua das o eisen du du und dein olles geclaimte das sieht so der mit blöd aua draußen aus ja ich weiß ich müsste mehr claim ich bin gerade nach westen hey greift das ding mich an oh gott ich glaube ich bin leicht rot ähm klopp dich doch nicht mit den viechern oh ne oh ja hier vorne geht schon das feld kaputt mhm weil es nicht bepflanzt ist ne ich glaube ja ja ich mir die arbeit hier umsonst gemacht ich glaube ja verdammt mhm ähm mit m guck mal auf die map ne ja komm machen wir die vier mal gucken kann ich ja kann ich ah ne brauche ich obsidian diesmal für ok oh hier steht ne schatztruhe rum one of one claims ah ich hab einen gelben partyhut gekriegt hasse mhm party 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 so ich möchte jetzt kisten haben auf jeden fall würde ich sagen wir beenden jetzt die folge und in der nächsten folge müssten wir mal eine neue hülle ausluten und die ganzen monster töten ok dann müsst ihr mir mal helfen ok ich komme hoch und hole euch ab ok also wollen wir nächste runde einmal töten gehen meine ganze höhentour machen ja ja ich muss da ein bisschen was freimachen alleine schreib ich das ja nicht was musst du denn freimachen da unten die ganzen höhle voller monster komm mit warum was willst du denn damit weil da rohstoffe drunter sind oder brauchst du kein eisen dauer gesehen irgendwann ja ja guck mal da kommt schon das nächste monster bitte doch ich habe 8 eisen übrigens im inventar du hast 8 eisen ich habe so viel misst im inventar ist du tot? ich sehe es gerade nicht ne da ist es ist irgendwas da liegt was da liegt was ja da liegt was da liegt was ja die mieter Eier Augen ja wir bereiten uns in der nächsten ohne dass wir vorne gehen und gehen wir unten in eine Höhle rein alles klar bis zum nächsten mal Ciao, ciao. Ciao. Tschüss.